Wie gut ist dein Englisch? Notenskala 1 bis 5. I think it's pretty good, actually. Ende Winter eine gute 2+, Anfang Winter startet ihr bei 4 ungefähr. 2, kein Minus. Ich würd sagen, reden gut. Verstehen tut mir jeder. She sells, sie sells. She sells. Oh Gott. She sells seashells bei der Seashore. She will free free first. Was hast du jetzt gesagt? He is true. I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Business Class oder Economy? Business Class. Business. Economy. Magst du nicht Business Class fliegen oder alles? Brauch ich nicht. Nicht so lange für's. Ich brauche Platz. Fenster. Seh ich viel mehr. Gang. Gang? Eher Gang. Ja, ich bin jetzt einmal am Fenster gesessen und es hat mich voll angezipft, wenn ich nicht mehr über den Kleber klettern muss. Eigentlich müsste ich sagen, mein Freund. Nach Amerika du, oder? Ja. Niemand, dass ich einen Platz habe. Außer mir jetzt. Mein Freund. Arnold Schwarzenegger. Der Pilot. Dann sitze ich ganz vorne. Wer sollte es nicht sein? Irgendeine andere, die ich nicht kenne, weil mit denen kann ich nicht reden. Das darf man jetzt nicht sagen. Ein Chefredner. Das ist gescheit gedacht. Dein Lieblings-Übersee-Rennen? Na kann ich es gar nicht. Lecluis. Tellurant. Es wäre schön, wenn es mal wieder eins gegeben würde. Lecluis. Lecluis. Na kann ich es gar nicht. Aspen. Lecluis. Aha, verstopft. Die Hauptstadt von Kanada. Aha. Sag nicht. Ich glaube, Quebec. Das stimmt, gell? Sind wir jetzt alle depper? Ottawa. Ottawa. Ja, schau. Das hätte ich nicht gewusst. Ottawa. Jetzt bitte dann alles zusammenschneiden. Hüte. Einfach A1.